Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Video geht es um die Frage, wie sinnvoll wäre die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Denn aktuell gibt es mal wieder die Diskussion über eben diese Wiedereinführung oder Wiedereinsetzung der Wehrpflicht. Und laut einer aktuellen Umfrage des ZDF sprechen sich 73% der Befragten für ein verpflichtendes Jahr in der Bundeswehr oder aber im sozialen Bereich aus. Und zwar für Frauen und Männer, Stichwort allgemeine Dienstpflicht. Eines ist klar, die Bundeswehr leidet unter einem erheblichen Personalmangel. Aktuell umfasst die Truppe 183.000 Soldaten. Daraus sollen bis 2031 198.000 werden, plus 5.000 Reservisten, also insgesamt 203.000 Soldaten. Das Problem ist, keiner weiß so wirklich, wie man das erreichen soll. Ursprünglich war es auch mal angedacht, dieses Ziel schon früher zu erreichen. Es wird also immer weiter nach hinten geschoben, weil es einfach nicht erreicht wird und man aktuell bei 183.000 ungefähr stagniert. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass laut einigen Experten, zum Beispiel auch dem ehemaligen Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages, Hans-Peter Bartels, eigentlich eher 240.000 bis 250.000 aktive Soldaten benötigt werden würden, um das Fähigkeitsprofil der Bundeswehr, welches der NATO zugesagt wurde, zu erfüllen. Von der viel zu kleinen Reserve aktuell ganz zu schweigen. Grund genug, sich mit dieser Thematik mal auseinanderzusetzen und hoffentlich die Frage zu beantworten, wie sinnvoll es wäre, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Dazu werden wir uns im Folgenden drei Themen angucken. Die erste Option wäre die Wiedereinführung der Wehrpflicht, wie man sie zu Zeiten des Kalten Krieges hatte, also im Prinzip zurück zum Altbekannten. Das zweite wäre eine allgemeine Dienstpflicht, ist ja in den letzten Jahren öfters durch die Presse gegangen. Und als drittes schauen wir uns mal mögliche Alternativen zu den ersten beiden Optionen an. Kommen wir zur ersten Option der Wiedereinführung der Wehrpflicht. Bevor wir zu dem Für und Wiedern einer Wiedereinführung der Wehrpflicht kommen, einmal erst mal geklärt, was ist eigentlich eine Wehrpflicht. Denn eine Wehrpflicht kann unterschiedlich aussehen, hat ganz unterschiedliche Erscheinungsformen. Es gibt einige Länder, zum Beispiel die USA oder Großbritannien, die kennen eine Wehrpflicht nur zu Kriegszeiten. Andere Staaten, wie Finnland oder Israel beispielsweise, haben eine dauerhafte Wehrpflicht. Darüber hinaus unterscheiden sich die unterschiedlichen Wehrpflichten auch darin, wie lange sie gehen. Teilweise nur sechs Monate oder ein anderes Extrem wäre Nordkorea. Dort gibt es eine Wehrpflicht von zehn Jahren. Auch unterscheidet es sich, welche Geschlechter erfasst werden. Teilweise werden nur Männer eingezogen. Auch wieder in Nordkorea, aber beispielsweise auch in Norwegen werden auch Frauen von der Wehrpflicht erfasst. Und es gibt auch noch die Unterscheidung nach dem Anteil eines Jahrganges, der eingezogen wird. Weil es muss nicht zwangsläufig immer ein ganzer Jahrgang eingezogen werden, sondern beispielsweise vielleicht nur zehn oder zwanzig Prozent. Der Zweck ist hingegen fast überall derselbe. Eine Wehrpflicht dient der militärischen Sicherheit des Staates. In Deutschland wird die Wehrpflicht durch den Artikel 12a im Grundgesetz geregelt. Und wichtig anzumerken ist, dass entgegen einiger Fehlmannnahmen die Wehrpflicht in Deutschland nicht abgeschafft wurde. Sie ist lediglich ausgesetzt. Das bedeutet, dass die Einberufung zum Grundwehrdienst auf den Spannungs- und Verteidigungsfall beschränkt wurde. Also dann wäre das immer noch möglich, wenn der Spannungs- oder Verteidigungsfall ausgerufen wird. Und jetzt in Friedenszeiten, wie wir sie aktuell haben, ist da halt keine Einberufung vorgesehen. Das geklärt kommen wir zu den Vorteilen einer Wehrpflicht. Erstens würde sich sehr wahrscheinlich die Sichtbarkeit und Anerkennung der Bundeswehr innerhalb der Gesellschaft steigern. Zweitens beugt eine Wehrpflicht auch der Gefahr vor, dass Streitkräfte ein gesellschaftliches Eigenleben führen, da sie halt alle Männer, egal von Herkunft, Bildung und Beruf, erfassen würde. Drittens ist die Mobilmachungs- und Aufwuchsfähigkeit, welche zentral in der Landes- und Bündnisverteidigung ist, wie man auch gerade im Ukraine-Krieg traurigerweise sehen kann, ohne eine Wehrpflicht so gut wie nicht zu gewährleisten. Viertens stellt eine Wehrpflicht auch eine sehr solide Rekrutierungsbasis, auch in Friedenszeiten dar. Als die Wehrpflicht noch eingesetzt war, hat die Bundeswehr circa die Hälfte ihrer Zeit- und Berufssoldaten aus dem Pool der Grundwehrdienstleistenden rekrutiert. Fünftens ist eine Wehrpflichtarmee im Vergleich zu einer Berufsarmee wesentlich günstiger in der Unterhaltung, da die Kosten fürs Personal einfach niedriger ausfallen. Ein Wehrpflichtiger verdient in der Regel weniger als Zeit- oder Berufssoldaten. Es gibt noch weitere Punkte, die für die Wiedereinführung oder für eine Wehrpflicht im Generellen sprechen. Ich denke aber, das waren die fünf wichtigsten. Hört sich ja eigentlich alles ganz gut an. Also kommen wir mal zu der Frage, was spricht denn gegen die Wiedereinführung der Wehrpflicht, so wie man sie zu Zeiten des Kalten Krieges hatte. Nun, zum Ersten, die Kosten. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht, wie man sie früher kannte, würde Unmengen an Geld kosten. Gehen wir mal davon aus, dass circa ein Drittel eines jeden Jahrgangs, und jetzt reden wir mal nur von den Männern, eingezogen werden würden. Da reden wir über eine sechsstellige Summe. Diese Personen müssten ausgerüstet, ausgebildet, untergebracht und verpflegt werden. Das kostet unsummener Geld. Alleine die initiale Schaffung der Infrastruktur und Ausrüstung würde wahrscheinlich so um die 100 Milliarden Euro kosten. Das ist aktuell schlichtweg nicht finanzierbar, von den laufenden Kosten ganz zu schweigen. Das zweite Thema, oder der zweite Punkt, der gegen eine Wiedereinführung der altbekannten Wehrpflicht spricht, ist das Thema Wehrgerechtigkeit. Laut dem 2-plus-4-Vertrag darf Deutschland in Friedenszeiten eine maximale Friedensstärke von 370.000 aktiven Soldaten haben. Bei einer Wiedereinführung der alten Wehrpflicht würden wir diese Marke sofort reißen. Und man könnte quasi sagen, dass daher so eine Wehrpflicht, wie man sie früher hatte, rechtswidrig wäre, also rechtlich nicht möglich ist. Das Problem hat man dann nach dem Abschluss des 2-plus-4-Vertrages damit gelöst, dass man halt nur noch einen Teil eines jeden Jahrganges einberufen hat, um halt unter diese Marke von 370.000 zu kommen und dann halt auch zu bleiben. Dann kam aber halt das Problem der Wehrgerechtigkeit auf, weil es ist natürlich ungerecht für diejenigen, die eingezogen werden, mussten dann sechs oder neun Monate, das hat sich mit der Zeit dann immer reduziert, in der Bundeswehr dienen, während die anderen davon nicht betroffen waren. Das ist natürlich ungerecht für die Leute, die dienen mussten und es war eine riesige Debatte damals. Der dritte Punkt, der gegen eine Einführung der altbekannten Wehrpflicht spricht, ist das geliebte Thema Gleichberechtigung. Zwar sieht Artikel 12a des Grundgesetzes nur eine Einziehung von Männern über 18 Jahren vor, allerdings wäre so eine Wehrpflicht in den heutigen Zeiten, in Zeiten der Gleichberechtigung, an und für sich kaum vorstellbar. Davon müssten also dann schon beide Geschlechter betroffen sein. Das ist auch so ein bisschen die Forderung, die man aus den Streitkräften hört. Und dafür wäre dann also schon mal mindestens eine Änderung des Grundgesetzes von Nöten. Und hinzu kommt, dass, wenn man dann auf Frauen einzieht, sich die beiden erstgenannten Probleme nochmals verschärfen. Also der finanzielle Aufwand würde noch mal steigen, da man noch mal doppelt so viele Rekrutinnen dann hätte. Und auch die Wehrungerechtigkeit würde sich verschärfen. Auch hier gibt es noch weitere Punkte, die man anführen könnte, was alles gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht spricht. Aber ich denke, ich habe die drei wichtigsten genannt und ich hoffe, ich konnte euch klar machen, weshalb solch eine Wiedereinführung sehr, sehr unrealistisch ist und auch, um ehrlich zu sein, nicht sonderlich sinnvoll. Also, wenn es nicht die Wiedereinführung der alten Wehrpflicht ist, dann doch die allgemeine Dienstpflicht. Warum nicht? Ganz offen und ehrlich gesagt und auch ganz kurz beantwortet, weil sie rechtswidrig ist. Denn bei einer allgemeinen Dienstpflicht würde es sich um einen staatlichen Zwangsdienst handeln und das ist laut der Europäischen Menschenrechtskonvention verboten. Einzige Ausnahme der Wehrdienst zu Verteidigungszwecken. Es gibt natürlich dann auch den Wehrersatzdienst, der ist darunter dann auch abgedeckt. Das ist erlaubt. Allerdings müssen diese Dienste halt Ersatz sein. Und das wäre bei einer allgemeinen Dienstpflicht einfach nicht der Fall. Deshalb fällt das aus rechtlichen Gründen leider raus. Klar, hört sich netter und sozialer an als Dienstpflicht und hat auch sicherlich einige Vorteile, aber ist rechtlich leider nicht machbar. Und ich denke, damit ist auch alles zur allgemeinen Dienstpflicht gesagt. Also, wenn die ersten beiden Optionen nicht wirklich in Frage kommen, welche Alternativen gibt es? Die wohl bekannteste und auch am meisten diskutierte Alternative ist das skandinavische Wehrpflichtmodell. In Norwegen, Schweden und Finnland werden erstmal alle jungen Männer und Frauen gemustert. In der Folge werden aber bei weitem nicht alle in die Streitkräfte eingezogen. Denn die Streitkräfte legen jährlich selber fest, wie viele Wehrpflichtige sie benötigen und suchen sich das Personal dann auch selbst aus. Natürlich gibt es auch in den skandinavischen Ländern die Möglichkeit, den Wehrdienst zu verweigern, aber bisher konnten es die Streitkräfte trotzdem dann hinbekommen, die Anzahl an Wehrpflichtigen, die sie haben wollten, zu rekrutieren. Erstaunlicherweise gibt es in den Ländern trotz dieses Modells, dass immer nur ein Teil eines jeden Jahrgangs eingezogen wird, trotzdem kaum eine Diskussion über die Wehrgerechtigkeit. Das wäre allerdings in Deutschland, so viel kann man, denke ich mal, recht sicher sagen, alleine schon aus den Vorerfahrungen des vorletzten Jahrzehnts, wo die Wehrpflicht noch eingesetzt war, definitiv anders. Da würde es wahrscheinlich massenhaft Klagen hageln. Das ist aber nicht das einzige Problem. Das andere Problem ist auch, dass dieses Wehrpflichtmodell in Deutschland erstmal einer Grundgesetzänderung bedarf. Denn das Grundgesetz schreibt eine allgemeine Wehrpflichtform. Das heißt, ein ganzer Jahrgang wird eingezogen. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, den Wehrdienst zu verweigern und dann den Wehrersatzdienst zu machen. Das ist davon nicht betroffen. Aber erstmal werden alle eines Jahrgangs eingezogen und verpflichtet. Deshalb müsste man im Prinzip, um dieses Modell überhaupt realisieren zu können, das Grundgesetz ändern und halt das Wörtchen allgemein rausstreichen. Denn diese Idee gab es schon mal so ein ähnliches Modell in Deutschland einzuführen. Und zwar hat die Weizsäcker Kommission in ihrem Bericht Gemeinsame Sicherheit und Zukunft der Bundeswehr aus dem Jahr 2000 eine sogenannten Auswahlwehrdienst vorgeschlagen. Laut den Vorschlägen der Kommission sollten dann jährlich 30.000 bis 50.000 Grundwehrdienstleistende eingezogen werden für eine Zeit von sechs bis zehn Monaten. Das wurde allerdings niemals umgesetzt, da es wie gesagt gegen das Grundgesetz verstößt und man sich warum auch immer nicht zu dieser Grundgesetzänderung durchgerungen hat. Dennoch, denke ich, kann man ein paar interessante Ideen aus diesem skandinavischen Wehrpflichtmodell ziehen. Eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, die Kreiswehrersatzämter und die Musterungszentren in Deutschland wieder aufzubauen. Als stehende Infrastruktur, um dann im Ernstfall die Wehrdienstleistenden zügiger und reibungsloser einziehen zu können. Der zweite Punkt, den man sich vom skandinavischen Modell abgucken könnte, wäre die Einführung einer Musterungspflicht statt einer Wehrpflicht. Bedeutet, jeder und jede Deutsche über 18 Jahren würden erstmal von der Musterung erfasst. Damit hätte man dann auch für den Ernstfall einen besseren Überblick, wer überhaupt zum Wehrdienst herangezogen werden könnte. Die Einschränkungen für das Individuum wären dabei minimal und gleichzeitig bietet sich die Chance, dass man sich zum Beispiel einen Flyer mitnimmt und sich mal mit der ganzen Thematik auseinandersetzt. Weitere Nebenvorteile könnten natürlich auch sein, dass vielleicht die ein oder andere Krankheit früher erkannt wird oder aber natürlich auch ein oder zwei politische Extremisten entdeckt werden. Fassen wir zusammen. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht würde mit ziemlicher Sicherheit anders aussehen, als wir sie von früher kennen. Die Einführung und Ausgestaltung einer Wehrpflicht muss sich ausschließlich an sicherheitspolitischen und militärischen Fragestellungen entscheiden und darf nicht zu einem ressortübergreifenden Multitool werden, um beispielsweise noch den Pflegenotstand oder sonstige Probleme, die wir in Deutschland haben, zu beheben oder bei der Behebung zu unterstützen. Eine Wiedereinsetzung der altbekannten Wehrpflicht wäre aus finanziellen, rechtlichen und Gleichberechtigkeitsgründen so nicht mehr möglich. Eine Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht ist rechtlich ebenfalls nicht möglich, da sie gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößen würde und sehr wahrscheinlich auch gegen das Grundgesetz. Wenn es jemals zu einer Wiedereinführung einer Wehrpflicht in Deutschland kommen sollte, dann wird diese Wehrpflicht sich sehr wahrscheinlich am skandinavischen Modell orientieren. Wie gesagt, auch dort gibt es Hindernisse, die sind aber im Verhältnis zur Wiedereinführung der alten Wehrpflicht oder einer allgemeinen Dienstpflicht wesentlich geringer und ich denke, wenn der politische Wille da ist, auch durchaus überwindbar. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir, bevor wir eine Wiedereinführung der Wehrpflicht in Betracht ziehen, erstmal zum Beispiel die beiden anderen genannten Punkte, also Wiedereinführung der Kreisersatzämter und Musterungszentren und eine Musterungspflicht statt einer Wehrpflicht diskutieren sollten und vielleicht auch ausprobieren sollten. Wenn das alles die Personalprobleme der Bundeswehr nicht behebt, es gibt auch bestimmt noch weitere Ideen, dann wäre ich für die Einführung des skandinavischen Wehrpflichtmodells, das ist allerdings, das möchte ich ausdrücklich sagen, nur meine persönliche Meinung und keine Forderung in keinster Hinsicht, denn ich selber habe nicht gedient und fände es unauthentisch, wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und eine Wehrpflicht fordere. Deshalb ganz wichtig ist meine Meinung und keine Forderung. Das war es auch schon zum Video, wie sinnvoll wäre eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Ich hoffe, ich konnte euch einen ganz guten Überblick über die Thematik geben und schreibt mir eure Meinung mal gerne in die Kommentare. Kurzes Kanalupdate noch zum Schluss. Ich habe unter dem letzten Video sehr, sehr viele Vorschläge bekommen. Ich notiere mir die alle und mache mir da meine Gedanken zu. Eins ist ganz klar, der Hintergrund, diese weiße Wand, die wird definitiv nicht so bleiben. Ich muss mal gucken, ob ich mir da ein Greenscreen anschaffe oder ob ich das hier irgendwie ein bisschen gestalterisch aufhübsche. Das weiß ich noch nicht, aber die Qualität wird sich im Laufe der Zeit definitiv verbessern. Da bitte ich um ein wenig Geduld und sonst bleibt mir nichts anderes übrig, als zu sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder.